Dürfen wir vorstellen, das ist das Squad Solar City Car, ein zweisitziges, kompaktes Stadtauto, das sich mit Solarenergie auflädt. Squad ist eine niederländische Innovation, die solarbetriebene Mobilität für alle zugänglich machen soll. Es ist sowohl für die private als auch für die gemeinsame Nutzung der Mobilität, sprich für das Carsharing, optimiert. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Ihr wolltet doch bezahlbare, kleine, kompakte Elektrofahrzeuge. Da haben wir nun etwas für euch. Der Squad soll die Lücke zwischen Autos und Zweirädern schließen. Ein Stadtauto, das man schon mit 16 Jahren fahren kann. Einfach zu bedienen, zu fahren und zu parken. Keine Parkplatzprobleme, keine Staus und keine Reichweitenangst mehr. Das Solarpanel auf dem Dach soll unter idealen Bedingungen für eine Reichweite von bis zu 20 Kilometern in sonnigen Tagen sorgen. Mit tragbaren Batterien, vier der Anzahl, kann man eine Reichweite von 100 Kilometer erreichen. Doch ein Auto ist der Squad nicht. Das leichte Elektrofahrzeug fällt in die EU-Fahrzeugklasse L6E. Die Sicherheit soll dank eines Überrollkäfigs garantiert werden. Der Squad ist außerdem mit drei Punkt Sicherheitsgurten und einer vollständigen Crash-Struktur an Front und Heck ausgestattet. Crash-Tests sind für L6E-Fahrzeuge nicht vorgesehen, eine Förderung übrigens auch nicht. Doch zum Preis kommen wir gleich noch. Fun Fact. Die Räder und Reifen ragen vorn und hinten über die Karosserie hinaus und dienen somit als Stoßfänger. Dies sei sehr praktisch für eine belebte städtische Umgebung, in der es regelmäßig zur Berührung zwischen Fahrzeugen und Hindernissen im öffentlichen Raum kommen könnte. Das SolarCity-Auto sei innen überraschend geräumlich und soll ausreichend Platz für zwei Personen plus Gepäck bieten. Als Marktbegleiter sehen wir in erster Linie natürlich den Opel Rocks i, der preislich ab 7.990 Euro startet. Mit einer Grundfläche von nur 2,4 Quadratmetern könnte man drei Squads auf einem Parkplatz abstellen. Allerdings ist das in Deutschland so noch nicht erlaubt. Das Fahrzeug lädt sich automatisch bei Sonnenlicht auf und verfügt, wie gesagt, über austauschbare Batterien. Kommen wir nun also zu den technischen Daten. Das L6e bzw. später auch L7-Fahrzeug verfügt über eine Heizung und optional zieht sogar eine Klimaanlage ein. Die Türen lassen sich abnehmen. Neben den Sitzplätzen steht ein Stauraum von 168 bis 243 Liter zur Verfügung. Der Squads ist zwei Meter lang, 1,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Mit einem Gewicht von 350 Kilogramm ist der Squads gute 120 Kilogramm leichter als der Rocks i. Als L6-Variante beträgt die Höchstgeschwindigkeit 45 kmh, als L7 sind sogar 70 Stundenkilometer möglich. Schnellere Geschwindigkeiten sind aktuell nicht vorgesehen. Angetrieben werden die beiden hinteren Räder. Dafür stehen zwei 2 kW starke Elektromotoren zur Verfügung. Richtig gehört, die Peakleistung beträgt 4 kW. Da bietet der Rocks i ganze 2 Kilowatt mehr auf dem Leistungsprüfstand. Geladen wird entweder über das Solarpanel oder über eine 220 Volt Stromversorgung. Der Wendekreis wird mit 6 Meter angegeben und der Squads soll auch rekuperieren können. In der Einstiegsvariante, die netto 6.500 Euro kosten soll, sind zwei Akkus inkludiert. Wir beschränken uns daher zunächst auf die Top-Version. Die kommt nämlich mit vier Akkus. Jeder Akku verfügt über eine Kapazität von 1,6 Kilowattstunden. Somit kommen wir insgesamt auf 6,4 Kilowattstunden Kapazität. Die Squads Limited Edition, sprich die ersten 100 Fahrzeuge, verfügen somit über eine Reichweite von 100 Kilometer, über volle Türen mit Fenstern und der Klimaanlage. Dafür sind netto 9.300 Euro fällig. Die L7-Version soll zusätzlich sogar zwei Rücksätze bieten. Die sind aber nur für kleinere Mitreisenden bis zu einer Größe von 1,25 Meter geeignet. Die Hersteller planen eine Garantie von zwei Jahren ohne Kilometerlimitierung und die Produktion soll im Jahr 2024 beginnen. Jetzt kann vorbestellt werden und wir nehmen nun Wetten an, welches Solarfahrzeug zuerst auf der Straße ist. Der Squads oder der Sonosion? Was meint ihr? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Euer Jens. Ciao.